Dieser ganz spezielle Typ eines Desjuridus kommt aus dem Ahnenland, wo sie dieses gitterartige Design verwenden. Ein Aboriginal-Eltester von eben dort malte ich sie, also im letzten Besuch, und ich konnte ihm dabei zusehen. Er verwendete ein Stöckchen, nahm das Innere eines Papyrus, befestigte es am Ende des Stöckchens und zog damit diese Linien. Und auch die sich kreuzenden Linien. Zuerst zog er diese und danach die anderen oben darüber. Es ist verstaunlich zu beobachten, wie genau ihre Arbeit sein kann, solch einfachen Werkzeugen. Und wie eben unsere Regierung und die Politiker nur geringen Respekt vor Aboriginals haben, die als ein weiteres Problem, das ich dir hier erklären möchte. Und das den geringen Respekt vor unserer bunderschönen Landschaft zahlt, die uns hier umgeht. Wir schätzen uns sehr glücklich, hier weltweit eines der schönsten Stücke Natur zu wohnen, welches als Weltkultur anerkannt ist. Der Regenwald ebenso, wie das große Barriereach. Eine Menge Touristen kommen nach Coranda, auf der nach Coranda führenden Bergstraße, die auch eine sehr schöne Aussichtstraße ist, die durch den grünen Tunnel des Regenwaldes führt. Im Moment. Bedauernswirterweise plant die Regierung vom Queensland, einen betonierten, vielspurigen Highway an dessen Stelle zu errichten. Mit Betonmauern, die grundsätzlich an einer Rennstrecke zu finden sind und bei den Menschen die mischte Gefühle hinterlassen. Das ist das, was die ... ... ... ... ... ... ... ... Nachdem wir nun ein kleines Stück auf dieser umstrittenen Straße von Kuranda in den Norden von Queensland gefahren sind, kann man sich vorstellen, was es heißt, in Zukunft einen vierspurigen Highway an dieser Stelle zu befahren. Fort Davias, eine typische Touristenstadt mit etwa 2500 Einwohnern nördlich vom Kern. Hier gibt es zahlreiche kleine Hotels, Resorts, Restaurants und Galeries.